auch eine Kiste ein Wooden Box. What's inside? Full of ammunition! Hydra Munition! Bombe! Dann wird jetzt ausgetauscht gegen die Hydra Munition. Bombe! Move! Was haben wir noch? Haben wir noch Platz? Wir haben noch keinen Platz. Gut. No, es stoppt. Oh, ein Mensch, ne, das rautet. Elektrischer Transformer! Wo ist jetzt das Schild, wo ich nicht weiterkam? Die Barriere. Oder muss ich zu ihm zurück? So, das ist der Schilder. Und das ist der Schilder. Ich glaube, das ist der Schilder. Jetzt ist der Schilder. Ah, I left the camp used. Okay. Warte, auf GPS. Ja, 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 ja. Ich muss auf die Insel drauf, schätze ich mal, aber ich weiß nicht wie. Noch nicht. Fühle ich schon raus. Aber vielleicht muss ich aber jetzt zurück zu dem Kerl, weil der kam ja nicht da durch, weil der in Brand gesteckt wurde von irgendwas. Was? Hi, du siehst mich nicht, ich sehe dich nicht. Gute Idee? Wir übernehmen uns jetzt gegenseitig. Was bist du? Telok Island. See a small island, ja. Da will ich rüber. Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht, hab ich gesagt, du Arsch. Mann. Ich muss dich ja doch noch töten. Macht mir auch keinen Spaß. Oh. Ich fass 100 Schuss in ihn reingeballert, ey. Viel zu viel. Nur 7400 Punkte, ich kann die gar nicht ausgeben. Ich komm nicht mehr zur Armory, das ist das Problem. Was raffst du nicht? Erzähl mir, was du nicht raffst, ich klär dich auf. Ich versuch's zu immer nicht. Es ist halt ein Virus. Das ist halt wie der T-Virus. Es breiten sich so, ja, Viecher hier aus. Gut, dass ihr mich ignoriert. Finde ich super. Danke. Keine 10 Punkte weg. Ja, von mir ist er Parasit, aber auf jeden Fall... Sie nennen es ein Virus, der sich aus... Bing bong. Das ist mir klar, aber trotzdem bezeichnen wir es im Spiel als Virus. Der sich ausbreitet. Wie mit diesem kleinen Metallgerät, das wir gefunden haben. Mit dieser komischen... Da wird's den Anfang wahrscheinlich sehen müssen. Aber es gibt Neues. Da ist was Neues, nicht? Hier ist es auch total schlecht gemacht, weil man sieht da diese komischen... Die Spiegelung sieht man unten immer noch so ein Rand. Das ist aber wahrscheinlich dieses V-Sync, weil ich es nicht angeschaltet hab. Guck mal nochmal hier rein. Ah, das war da. Kannst du jetzt durch? Jetzt weg. Ich auch wieder raus? Jep, ab zur Armory. Am Arschlecken. Der Typ kam nicht mal. Hehehe. Wow. Oh... Fudge. Okay. Alles klar. Ja, die Videosequellen sind hier für ein Arsch. Spiel will nicht wie ich will Da ist Nummer 9 lang gelaufen Der, der uns am Anfang ein paar Mal angegriffen hat Und der hat jetzt die da aktiviert Seine Brüder In dem Sinne kein Monster War auch ein Hunter wie ich aber schon infiziert Sobald ich das jetzt erfahren habe Oder weiß oder wie auch immer Und der aktiviert die Das sind Klone von ihm Und die werden jetzt auch infiziert Mit dem Virus der aus Der Körper der Frau da gemacht wurde Weil die halt Übernormale Kräfte hat Und bla Habt ihr ja gesehen Dieses Parasite Energy Ding Und das sind halt Klone von dem Kerl Mit Den Kräften der Frau Heißt für mich allerdings Ich musste auch hier hoch Ich hab irgendwas getrackert Das ich hier hoch musste Ich muss aber jetzt erstmal zur Armory Nein, ich will da drüben nicht hin Danke Ich will da lachen Ich weiß nicht warum die lila sind Halt die nicht sagen Das sind halt Anzüge Der andere Kerl ist grün Das sind halt einfach nur Kampfanzüge glaube ich Ich will da drüben nicht hinweg Ich will das Das sind halt auch Ich bin da drüben Ich bin da drüben Ich bin da drüben Ja, das war's für heute. Gut, dass ich ihn nicht noch mal runter in den Müll scheiß da muss, weil da hat's mich auch ziemlich... ziemlich krass erwischt. Mal sehen. Haha, geh weg. Oh, falscher Tauber. Ja, bam. Da, blind. Ja, bam, ist ja wieder blind. Gut, dass man fürs Zauber nicht sehen braucht. Gut, dass ihm die Zauber fast nix ausmachen. Bombe. Dann macht er aber das hier was aus. Auch nicht wirklich. Gut. Dann schieß mal einfach blind. Ja, das war gut. So, jetzt will ich hier meine Armory. Das heißt... Da rein, oder? Ja. Da lang! Ich muss Zeug kaufen. Ich muss sehr viel Zeug kaufen. Ja. Ja, ja. Und bevor ich Zeug kaufe, muss ich erstmal Safe-Zert setzen. Safe! Weil ich will das ausprobieren. Angeblich kann man nämlich den zweimal kaufen. Die ist scheiße. Die hab ich schon. Ah, der ist schlicht. Der ist... Ah, ja. Den brauchen wir vielleicht später mal. Können wir sogar zwei machen. Genial. Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Und den Platz vernimmt. Hey! Oh Mann. Sehr gut. Danke. Ich bin sehr nah dran, das zu verwenden zu können. Ich bin sehr nah dran, das zu verwenden zu können. Ich habe einen Platz da frei gehabt. Warte mal. Ich finde, ich habe da was verwendet. Gehm. Ich muss mal wieder weg. Just den Platz rein. Weck den Platz da. So, jetzt darf ich dir wieder runtergehen. Aber ich muss unbedingt was einkaufen. Weil das ist echt... Seher... sehr... aufwendig. Heilungsaufwendig, ich brauche viele Heile-Items da unten Ein halbes Inventar war ja schon wieder leer Ja, okay Macht da eine Mehrkraft da draußen Ja, runter da Schäpper, 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 Schäpper Das war auf jeden Fall ein Panzer, also... Die Straße soll jetzt tierisch kaputt hier Definitiv So, der zweite war's, ne? Jupp, der zweite war's Aber da war ich doch auch schon da unten Komisch, komisch Pop, 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 pop Da war ich doch schon mal in der Partikel-Area Okay Safe State Ach, die Area, okay Ach, die Dinger sind noch nicht Interessieren mich doch gar nicht Tun mir doch gar nichts Ah, ich kann sogar Einschützschutz aufgeben, das ist gut So Ich kann ja auch schon wieder Ey, du Arschler ziehst du mir Mana ab. Krass, hat er mir über die Hälfte des Manos abgezogen, was ist los ey? Was geht mit dem Scheißding? Ich hatte so viel Mana. Ja, jetzt bin ich da rein. Ich glaube, ich weiß, was mich hier erwartet. Ah, jub. Lalalalalala. Jetzt? Jetzt. Ich glaube, ich weiß, was mich hier erwartet. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich hier erwartet habe. Autsch. Habe ich einfach keine... Die Lautsprecher bringen einfach, dass die mir Mana abziehen. Ich habe kein Mana mehr jetzt.